Mein Name ist Esther Tanner und ich arbeite im Campus Sursee im Marketing. Wir haben die MS Diamant gebucht. Für uns ist das Schiff von Anfang an in Frage gekommen, weil es das modernste Schiff ist, auch eines der grössten Schiffe. Und die MS Diamant passt auch zu uns. Wir sind ein relativ junges Team. Wir haben auch gesehen, dass wir eine lockere Party machen. Und dort war uns die MS Diamant von Anfang an sehr sympathisch. Die Zusammenarbeit mit dem Team der Schiffsmiete war sehr effizient. Kurz und zack. Wir haben unsere Auskünfte immer schnellstens rübergekommen. Es ist die falsche Zufriedenheit verlaufen. Wir haben grilliert auf dem Schiff. Wir hatten auf dem Oberdeck wie auch auf dem Unterdeck Stationen, die grilliert worden ist. Mit Buffet, wo wir das ganze Essen selber holen konnten. Besonders in Erinnerung ist, dass wir das Essen proben. Das ist super. Auch die ganze Kulisse, wo wir dann auf dem See gefahren sind. Ich bin Martin Felder und ich arbeite im Campus Sohrsee. Das war eigentlich ein Schiff auf drei Stöcken. Obwohl das alte Dampfer auch ein Highlight ist, aber mal etwas ganz anderes. Weder die ältere Schiffe mal etwas Modernes. Das war eigentlich das Highlight, das mich sehr imponiert hat. Weil es eigentlich wie ein Meer ist. Es gibt ein Lied für den Waldsträtten, das ist eben das Meer. Und das haben wir hier in Luzern. Es war ein mega coole Event. Wir sind bei Regen losgefahren. Niemand hat daran gedacht, dass vor allem die Sonne kommen könnte. Und nachher, als wir aus dem Seebecken in Luzern sind, ist auch wirklich pure Sonnenschein gekommen. Wir hatten eine ganz schöne Sommerparty. Und haben es alle sehr genossen. Es bleibt uns in bester Erinnerung. Du bist ja Morgen in Luzern. Ungefahren in Luzern. In Luzern ist auf Dette Mischung. Du bist ja immer noch dentro.